Timitransport ist eine Mitnahmezentrale, das heißt, wenn du keine Zeit hast, die Bücher, die zur Bibliothek zurück müssen, selber zu nehmen, kannst du auf der Online-Plattform gehen und jemanden deinen beauftragen. Er oder sie macht das gegen dein kleines Entgelt, das du selber bestimmst. Auf der anderen Seite, wenn du in der Stadt unterwegs bist, kannst du auf der Seite schauen und Aufträge übernehmen, die zu deiner Route passen. Wir sind in Leipzig gestartet und haben bisher über 9000 Kilo Lieferungen erfolgreich zugestellt, ohne einen Verlustfall an unsere Versicherung melden zu müssen. Wir liefern auch für bekannte Unternehmen wie Beganz und Biomara, Leipzigs größter Bio-Supermarkt, aus. Die freuen sich, ihren Kunden einen Termin- und ortgerechten Lieferungen anbieten zu können. Teste uns unter www.timitransport.de. und heute kommenswert da. Komm, tschüss! Komm, tschüss!